Leute, es ist wirklich überragend, dass wir wieder an Bewerbungsvideos mit dem Kellerfest unterwegs sind. Große, dein Große, der Gemüse. Lasst uns gleich ins Kellerfest sein. Wir lieben beide Spielen, auch auf den Pfaden. Jawohl, kommt übers Meer. Jawohl. Ein Geist, der was Weizen gibt. Jetzt ist die Geist schon wieder allein. Wir kommen unser komplettes Team zusammen und besuchen an dem Tag so viele Kellerfeste, wie es nun irgendwie geht. Jawohl. Liebe Freunde unserer Brauerei, ich darf euch recht herzlich begrüßen zum Kellerfest unterwegs. Wir stehen in den Startlöchern, um mit euch gemeinsam zu feiern. Unsere Teams streuen jetzt gleich aus. Also freut euch auf ein paar gemütliche, unterhaltsame Stunden und viele Grüße aus Tilling. Packen wir so. ... ... ... Ja, 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 ja. Die erste Station. Los geht's, Kellerfest. Die erste Station. Los geht's. 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 Los geht's. Die erste Station. Die erste Station. Los geht's. Die erste Station. Los geht's. Die erste Station. Los geht's. Die erste Station. 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 Die ersten Station. Komm! Kellerfest gibt es nicht noch in Ticking. Kellerfest ist überall. Wir waren heute unterwegs und haben fröhlich und friedlich bei einem Menschenproffer eine herzliche Atmosphäre genossen, ein tolles Flair dazu, eine Tracht, eine Blasmusik und ein frisches Weizen. Das ist absolut Kellerfest mäßig. Wir bedanken uns bei allen, die heute zugeschaut haben, die uns herzlich willkommen geheißen haben und bei allen unserem ganzen Team, die das möglich gemacht haben. Und hoffentlich sehen wir uns spätestens nächstes Jahr beim Kellerfest in Ticking. Auf euch! Eure Brahe!